moin oder dem wasker für kurz zu einer neuen folge pokémon strahlen jemand heute gehen wir nach zum see der stärke da ist er ist da und dann gehen wir hier durch und dann nach da oben ich muss es die thema halten haltet dem stöck um der hunde zu geschütter star aber eine sache das gut gut ist sich das machen kann dass ich hier lang muss sondern ich kann wieder trainieren das ist einzig gute der tom ist entlevel einfach jetzt mal macht ihr so fett hier ich will ja nur durch diese müsste mit kraft stein kämpfen alter was ist das was was ist das geht doch jetzt auch nicht auf friedhof und was ist ich mach da wo kommt das 1000 mädchen zur verein oder was und auch fach ich war eine anweisung ja da sind die anweisungen wenn ich sie alle einpacken jetzt vergesse ich das noch fuß tritt wow und hier sind die alten lasst mich deine abpreise von hier etwas weniger düster gestalten nimm dies ein schutz band im schutz band der pokémon dass seiner spitze beim stil steht als wilde pokémon selten an und die könnte ungestörter reisen praktisch im turm der runden haben die sehnen dahin geschehen da pokémon ihren frieden gefunden ja wenn wir kämpfen einfach nein nein das ist kein frieden mehr das einfach nur absolutes chaos jawohl jede die sich eines langes lebens freuen durften als auch jene der zeit jetzt aber wissen war die serien aller von uns gegangener pokémon für die trost und ruhe vielen dank dass du hier warst immer noch diese teams tm ja es ist aber stärker das ding wird weggeteilt dass wir dies heißt ja vielfalt besitze schlägt das ding kaputt das ding ist auch so strong alter wow ich schiebe einen stein stein politur james 69 ein item und zwar sondern was haben wir stelle 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 oh nein ein pokémon ein mädchen es ist ja so stark ich habe dort vergessen zu weinen einfach nur so krank diese hülle ist halt so brie alter ihr solltet irgendwann mal wieder in der höhle sein was muss man so und den rigi gigas so einfach zwittmann 500.000 kilometer blind durch eine höhle laufen alter angst was ist das was macht er da was macht er da der hielt bald ab alter pass auf was hat er geraucht was hat er geraucht was hat er geraucht was hat der ficker geraucht junge willst du kämpfen? natürlich willst du kämpfen vielhanded in der z woods alter das ding wird alles auseinanderreißen das ding ist kampfmaschinen schmbol wie damals 20 kilo weniger das ist doch unfair anzeige knuscher besser als body eigentlich schon auf jeden fall weg einfach nur weg wird einfach nur zerstört hilfe einfach nur hilfe ich werde schon krank das ist einfach nur so schlag auf die fresse und tot man kann das ding auch nicht man wird das ding auch nicht tot boxen alles rechts links und das war's wie diese kurven machen alter was haben hier ein movement alter was geht los du schaffst das das ding ist nur so hehehe ich habe die vorteile lang nicht mehr lange nicht mehr da ist der typenvorteil und nicht eis das wird von nikki einfach so zerstört bitte flocken tanz ein warmes bett bringt warme füße alter die gucken kratz dazu wie vieles wetter also hier schneit es immer wieso sollte es wissen ist einfach nur zu bündeln ich gehe in das haus rein von irgendwelchen leuten legt mich ins wett und schlaft einfach wenn der fernseher wird danach laufen lässt obwohl es hier nur schneit nur schneit was ist das für einige welt alter das panikus kurz aufs maul und dann also jetzt ohne los tri ц績 multifunk trocken wie schock war 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 achst nie will das neben mit dem typenvorteil habe ich gehört sogar folie ist beendet jetzt will ich erst mal schock er hat man will ist okay pokémon aber nicht ist einfach allwander also allwander in schnauze hauen und dabei ist ein exzellenter kampf und wieso friert er jetzt auch 500 kilometer alter 500.000 klamotten also friert er guck mich mal an alter es sind minus 500 grad draußen minus 500 und guck mal wie die angezogen ist ein bisschen stief werden aber alter einfach nur kühl es ist nicht kalt es muss kühl also direkt gesagt diese kette kann sich nicht mit einem feuer messen ja da bin ich häuser als feuer irgendwo hier das ist der 100 alles habe ich noch nie gesehen 100 kachsler über sich ja hin wo ist ein bett kann man sich an jetzt eine frusttafel let's go erst mal was über krachsler geredet aber ja warum was hier liegt die ms und so eine kacke solche noch im arsch schon bekommen dieses auf anweisung warten unterwegs streich wenn es legt mich so hart auf wie soll ich den streicheln keine ahnung keine ahnung wie geht das das wird mir nicht gesagt aber so da steckkufer aus derzeit so wichtige aufgabe das ist das ist das nicht leben die ich so zu stecken aber es ist erst die blitz arena ficken ob da fac blizzard heimat des schnees egal dafür sagen wir euch das von feiner frische betrug er wollte könnte wir uns das bekommen auf jeden fall morgen gehen wir in morgen als auch morgen wir verliefern gehen wir in die arena